Willkommen zurück zu meinem Cover Vlog 3.2. Nachdem wir gestern Frauen für die Männer hatten, habe ich heute was für die Frauen rausgesucht. Und zwar soll es im wahrsten Sinne um Palus-Symbole gehen. Wir fangen hier an mit dieser Dame von der Feuerwehr. Mag jetzt dem einen vielleicht weit hergeholt erscheinen, aber kann man durchgehen lassen. Mario Players. Der hier ist vielleicht ein bisschen eindeutiger, ist nicht wirklich ein Palus-Symbol, aber ein Raumschiff. Und Raumschiffe tun es ja auch. Noch was zum Thema Raumschiffe. Und noch etwas zu uneindeutig, zweideutig. Tschüss!